Hallo und Willkommen zu den Japan-Hardsoftware-Charts vom 25.04. bis zum 8.05.22 Hardware. Auf dem ersten Platz Nintendo Switch OLED-Modell mit 101.084 Kräufen von gesamt 1.971.051. Auf dem zweiten Platz Nintendo Switch mit 53.094 Kräufen von gesamt 18.068.073. Auf dem dritten Platz PlayStation 5 mit 46.450 Kräufen von gesamt 1.382.088. Auf dem vierten Platz Nintendo Switch Lite mit 32.011 Kräufen von gesamt 4.771.082. Auf dem fünften Platz Xbox Series S mit 10.610 Kräufen von gesamt 29.938 Kräufen von gesamt 29.088 Kräufen. Auf dem siebten Platz PlayStation 5 mit 3.383 Kräufen von gesamt 23.557 Kräufen. Auf dem achten Platz Nintendo Switch L mit 24.50 Kräufen von gesamt 1.184.724. Und auf dem neunten Platz PlayStation 4 mit 81 Verkäufen von gesamt 7.98. auf dem ersten Platz, Nintendo Switch Sports, mit 304.800 Verkäufen, auf dem zweiten Platz, Kirby und das Vergessene Land, mit 77.030 Verkäufen, gesamt 695.011 Verkäufen, auf dem dritten Platz, E-Baseball Powerful Pro Baseball 2022, auf der Nintendo Switch, mit 61.030 Verkäufen, gesamt 1.153.933 Verkäufen, auf dem vierten Platz, Minecraft 8 Deluxe, mit 41.812 Verkäufen, gesamt 4.030 Verkäufen, auf dem vierten Platz, E-Baseball Powerful Pro Baseball 2022, auf der PS4, mit 36.044 Verkäufen, gesamt 80.083 Verkäufen, auf dem sechsten Platz, Minecraft, mit 22.152 Verkäufen, gesamt 2.635.096, auf dem dritten Platz, Super Smash Bros. Ultimate, mit 20.416 Verkäufen, gesamt 4.833.950, auf dem achten Platz, Wingfield Adventure, mit 17.000 Verkäufen, gesamt 3.144.888, auf dem neunten Platz, Mario Party, Superstars, mit 16.686 Verkäufen, gesamt 959.073, und auf dem zehnten Platz, Pokémon Legenden Akkus, mit 15.000, mit 15.35 Köpfen, gesamt 3.143.757 Verkäufen, gesamt 7.757 Verkäufen. Das waren die Japan Hardtop für Charts vom 25.04. bis zum 8.05.122. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.